Die Gesundheit des Menschen ist das höchste Gut. Mentale Gesundheit, physische Gesundheit und alle Einrichtungen, die dafür Sorge tragen, dass die Gesundheit unterstützt wird, sollten auch selber einen besonders hohen Schutz genießen. Das Thema IT-Sicherheit ist für den Freistaat Sachsen extrem wichtig. Die Gefährdungslage von außerhalb, die Angriffe nehmen beständig zu. Und deshalb müssen wir die kritischen Infrastrukturen in den Sektoren Energie und Wasser schützen. Und das Gleiche gilt für die staatlichen Böden. Die Blackboard-Vorsorge ist deswegen so wichtig, weil wir mit der Energiewende die größte Infrastrukturtransformation, sprich Umbau, aller Zeiten betreiben. Und weil ich keine wirklichen Rückfallebenen oder Auffangnetze habe, sollte etwas schiefgehen. Die Leipziger Messe bietet mit der PROTECT eine gute Möglichkeit zum Austausch, zum Vernetzen, um genau solche Querschnittsthemen auch anzusprechen und sich eben gegenseitig auch zu befruchten. Die Leipziger Messe, der wir mit der Technik stzent allzuherinnen und die Technik-Vorsorge sind. Die Leipziger Messe ist ein Kreativ-Vorsorge. Die Leipziger Messe ist am 30-year-Malus-Jetik-Malus-Jetik-Malus-Jetik-Vorsorge. Die Leipziger Messe ist es im Blick, die Leipziger Messe zu haben. Und das wird die Leipziger Messe zu haben. Und das ist der Leipziger Messe, der Leipziger Messe ist für die Leipziger. Vielen Dank.